Guck mal in so ein Internetforum, diskutieren heißt heute, also das Erste, was ich machen würde, wenn ich eine Webseite machen würde, ist die Kommentarfunktion ausschalten. Absolut. Weil das vollkommen sinnlose Scheiße ist, weil das ist wie wieder das Problem mit der Demokratie. Wenn ich einen Haufen Arschlöcher, die erniedrigt und verblödet sind, abstimmen lasse, kriege ich was Erniedrigtes und Verblödetes als Ergebnis. Also ist Demokratie da gerade falsch. Und genauso ist Diskutieren falsch, wenn die Leute alle nur dieselbe Scheiße wiederkeulen in tausend verschiedenen Farben. Das kann ich abschalten.